Ciao Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Tobi, mach dir schnell ein Weihnachtsgen rein. Oh mein Gott. Nein, nein, ich hab kein Weihnachtsgen. Ich hab kein Geld, aber ich hab Weihnachten. Hast du echt kein Weihnachtsgen? Ich hab einen, warte. Okay, mach schnell. Du musst ganz wichtig, es ist wirklich... Ich hab keinen. Ich habe keinen. Okay, im Itemshop gibt's gerade... Skifahrer. Ich bin Skifahrer. Es gibt gerade... Im Itemshop gibt's... Ich bin jetzt... Jetzt. Warte, jetzt. 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 Das ist doch kein... Das ist doch kein Weihnacht... Tobi. Das geht. Start. Leute, wir haben heute eine kleine Weihnachtsaufgabe für uns vorbereitet. Und zwar gibt es momentan die Möglichkeit, im Schnee Fallen unter den Schnee zu setzen, sodass der Gegner... Kannst du vielleicht einfach mal ganz kurz aufhören, einstrengend zu sein? Nö. Wir schauen heute auf jeden Fall in Klassikmodus. Wir werden gleich die Fallen unter den Schnee setzen, meine Freunde. Vorne eine Ska drauflegen und eine gute Waffe. Der Gegner rennt über die Falle und wird genockt. Das ist unsere Challenge. Okay, also... Der Luftfallon ist Weihnachtsmarkt. Der Luftfallon sieht aus wie deinem Mutternamen. Merkest-Menü, Alter. Was ist mit ihr? Gangster ist ein Mikrofon. Gibt's das Schwert noch, Tobi? Ist das Schwert noch drin? Hallo? Ja, nein. Hast du mit dem Schwert jemals gespielt? Äh, ja. Und? Wie ist das so? Also ich fand's absolut geil. Ist auch direkt wieder rausgepatcht worden, ne? Ja, weil es halt wirklich einfach absolut geil war. Ja, schön. Sehr gut. Also ich fand's wirklich geil. Ja, ich hab's verstanden, Tobi. Unter aller geil. Genau. Komm mal her. Hier vorne, hier vorne, hier vorne rechts. Hier ist eine Falle, hier vorne. Komm mal her zu mir. Hier ist eine Falle schon. Au. Digga, hier. Hier ist eine Kiste in dem Raum. Tobi. Wie weißt du, wenn du mir immer hilfst, du f***er? Ich hab doch keine Waffe. Mein Gott. Ja, was denn? Du kannst auch Tobi zu mir sagen. Da vorne links lag die Falle. Hast du die nicht? Ah, ich seh sie, ich seh sie. Okay, warte, wir müssen das jetzt schnell irgendwie hinbekommen, dass ein Gegner da reinrennt. Das schaffen wir. Du musst ja wirklich so hinsetzen, dass die genau unter dem Schnee ist, ne? Dass da keiner nicht sehen kann. Ach so, ich dachte, eine Treppe zum Himmel bauen. Die Skybase im Himmel, das gefällt nie. Ja okay, wohin denn? Hier sind Gegner immer noch. Hier, hier, genau hier. Äh, wo ist die Falle? Meinst du, man sieht die? Ne, ne? Ne. Wir laufen einfach über die Rampe und springen. Na, du Idiot. Wir hätten hier rüber laufen können. Wir machen so, wir machen so. Okay, wir müssen irgendwie einen Gegner da hinholen. Wir gucken, wo die Gegner sind. Okay, hol mal, hol mal. Hol den mal, hol den mal her, hol den mal her. Kommt der? Äh, ne, der ist ganz weit weg. Hab ihn genockt, aber, naja. Oh mein Gott, über mir, über mir, über mir. Warte, oh. Oh Mann, ich kann den schon wieder, ich kann den, ich kann, ich hätte den schon einfach nocken können, Alter. Kommt doch jetzt hier runter, Tobi, okay, der liest den lässt da ganz oben. Ah! Hab ihn nockt, Entschuldigung. Oh mein Gott, ich hab 4 HP, ich hab 4 HP. Deswegen hab ich ihn nockt. Der Typ da oben, der Typ da oben, der hab ich gerade, ne, 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 der Typ da oben, der muss runterkommen. Wie viel Leben hat der noch? Ich hab ihn einmal einen Shot mit der Sniper gegeben. Der wird schon runterkommen, der wird schon runterkommen, der wird schon runterkommen. Der kommt, der kommt, der kommt. Okay, nice. Tobi, wir spielen jetzt einfach diese Runde jetzt hier zu Ende und gewinnen die ganz kurz. Okay, das machen wir schon mal. Dann haben wir schon mal wenigstens den Win und danach können wir auf jeden Fall rumprobieren, wie wir wollen. Auf und wo? Einer genockt. Ah, da. Mein Gott, hey, was ist das für ein Affe? LOL. Von rechts. Warte, ich klatsch die. Okay, sein Mate kommt von der anderen Seite. Oh! Legende. Äh, play it like ninja. Ich glaub, diese Gegner sind immer noch da oben, ne? Boah, erstes Play, erster Win vielleicht? Excuse moi. Das heißt ja gar nicht, excuse moi. Egal, weiter geht's. Excuse moi. Ah, mein Händchen ist aus! Weiter geht's. Wieder einer genockt, schon wieder den gleichen. Hä, das ist so eine Maschine, Alter. Lass hoch, ich hab einen Jumphead. Ja, mach. Bau doch! Hab ich. Hello! Hau direkt die Wand auf. Wo sind die? Da oben. Höh, da sind drei. Ach, das ist ein Sport, oder was? Hast du alle drei jetzt gekillt, du H***o? Nein, nämlich nicht nur. H***o, Alter. Digga, ich hab den ein-, ich hab den ein-, zweimal hintereinander gelockt, einfach. Egal. Okay, das sind deine Kills. Eigentlich alle drei, naja, egal. Wir haben noch, wir haben noch genau zwei Leute als Gegner. Höh, höh. Okay, eine Person, es ist noch eine Person. Oh nein, der ist ein Tryharder, der ist ein Tryharder. Wollen wir ihn aber füllen für den Win? Was? Oh, ich hab ihn, Digga, ich hab ihn, ja. Ach, Mann, Alter, naja. Okay, Leute, schade drum. Vielleicht finden wir das nächste Mal einen Gegner, der dumm genug ist. Aber es war auf jeden Fall. Ja, ich hätte jetzt keinen Bock mehr. Der war so im Tryharden, Alter, das hätte keinen Sinn gemacht. Okay, guck mal, wir landen hier. Hier ist nämlich unsere Weihnachtsfabrik, ja? Wo? Hier ist Happy Hamlet. Da sind die ganzen Kinder und freuen sich. Wir fliegen dann von hier mit dem Flugzeug hier entlang. Fliegen über Fatal, nach Saltis, zu Tilted, über Pleasant, über Lazy, über Tomato, über Retail und am Ende nach Paradise Poms. Das ist quasi unsere Weihnachtsroute. Hier looten wir, holen ganz viele Waffen. Hier ist ein guter Loot, vertrau mir. Hast du verstanden, Elf? Ja. Dank dem Busfahrer. Okay. Dank dem Weihnachtsmann. Dank dem Weihnachtsmann, meine Freunde. Ho, ho, meine Kinder. Okay, wenn wir jetzt aber da Gegner haben, was machen wir mit dem Gegner? Du musst weihnachtlich reden töten. Was? Achso. Das hat gesagt, kein Gepasst. Wie redet man denn weihnachtlich, du Affe, Alter? Also, hey, herzlich willkommen hier im Weihnachten-Land. Im Weihnachten-Land, ja. Okay, also wir bringen jetzt erstmal hier alle Gegner um. Nein. Habe ich das richtig verstanden? Ja, doch. Ja, aber hier ist kein Gegner, glaube ich. Doch, hier sind richtig viele. Es sind drei Teams runtergegangen. Oh, dann bist du gar nicht über mir. Hä? Wir sind verschieden. Warum? Du hast das andere markiert. Ich habe gesagt, hier beim Flughafen holen wir unsere Geschenke. Kannst du mich denn abholen, komm? Rebi, also jetzt wirklich nicht gegen dich persönlich. Du hast das hier auch markiert. Ich habe gesagt, da sind die Kinder, die haben sich da was gewünscht. Tobi, hier sind überall Leute mit Waffen, die mich umbringen wollen. Da liefern wir hin. Ich komme. Wann immer diese Stress, diese Weihnachtsstresse mit meinen Elfen. Face keine Gegner. Ich weiß, dass du schon wieder pifelst. Rebi, ich sehe es. Entspann dich. Es ist Christmas. Ich entspann mich. Weihnachtsmann. Sei mal leise, sei mal leise, Mann. Sorry. Ich habe volles Problem hier, Tobi. Du musst jetzt zu mir kommen. Ich sehe die Gegner hier oben auf dem Dach. Warte, du musst es gleich einfach... Ich bin hier trapped, Alter. Ich bin hier trapped. Ich komme hier nicht raus. Ich bin doch hier. Fahr. Wir sind trapped. Ich komme hier nicht raus. Der Hund ist low. Es ist Christmas. Ich entspann mich. Fynn mich doch. Wo ist der? Ich habe so guten Loot, Alter. Bring ihn um, bring ihn um, bring ihn um. Dein Mate ist hinter dir. Ey, die ist ab. Gehen wir jetzt wieder nach Frosty Flights. Mann, ich esse die ganze Zeit Süßigkeiten, weil ich Hunger habe. Gehen wir wieder nach Frosty Flights und wir wollen doch nur allen Leuten was Gutes tun. Ja, machen wir. Also, Happy Hamlet. Nein. Da haben sich die Kinder was gewünscht. Das war ein schönes Dorf. In Happy Hamlet. Und wir fliegen einfach darüber und ich droppe alle außer eine Waffe. Ne, alle. Ich steig nicht aus. Alle. Ich steig nicht aus. Alle. Ich steig nicht aus. Bist du dumm? Ich steig nicht aus. Okay, ich muss raus. Also, das war schon wieder unnötig. Wir müssen schon sehen, wer vor dir da ist. Ach, du nicht. Digga, wenn ich mir... Guck mal, wo du bist. Tobi, ich bin wirklich vor dir da. Nein. Doch, guck mal. Hey, wir sind gleich. Ich bin schon längst da, Junge. Ja, aber nicht gelandet. Okay, ich lande in 3, 2, 1 und jetzt. Ich bin jetzt auch gelandet. Ja. Hier ist jemand. Oh nein, ich bin so gut wie tot, glaube ich. Oh, aua. Ich mach echt Hilfe. Ich mach wirklich Hilfe. Dieser wird durch die Wand hier. Der ist jetzt rechts in diesem Kreis. Ja, genau. Rechts, ja. Mach weiter. Ja, du hast... Ja, Mann. Das war Zielsucher, Digga. Das war Hex, Alter. Okay. Das war... Aua, das war Teamplay, Digga. Okay, pass auf. Ich hab jetzt eine Scar, eine AK, eine Shotgun, eine blaue und eine MP. Wann hast du Bock los? Ja, also wir können jetzt hier ruhig losfliegen. Wir können jetzt die Kinder beschenken. Äh, wie? Ich dachte nur, Erwachsene ab 18. Ja, wie du magst. Guck mal, was ich eingepackt hab, Pass. Und ich Ballons hab' ich noch. Da freuen die sich bestimmt auch. Ja, Ballons mögen die Kinder. Und die Erwachsenen ab 18 auch. Boah. Ganz wichtig zu sagen, dass es halt Erwachsene ab 18 sind. Keine normalen Erwachsenen, sondern Erwachsene ab 18. Los geht's, komm. Okay. Du fliegst. Weihnachtsmann. Ich hab mal wieder gar keinen Bock auf Weihnachtsmann. Okay, Tobi. Also wir fliegen jetzt über die Gegner und du droppst die Geschenke, okay? Ja, aber du weißt, wie man Kopfüberfliegt, ne? Ne. Ja, Mann, Digga. So ähnlich. Okay. Ich hab dir meine Route eigentlich gesagt, wir sollen nach Happy Hamlet erst verfliegen. Da ist aber nicht mal die Zone. Es geht um die Kinder, nicht um die Zone. Hast du's verstanden? Okay, wenn wir im Schnee schon sterben, Weihnachtsmann, möchtest du selber schulden. Wie ist dein Elfname? Adolf. Okay, Adolf. Nein, ich will nicht Adolf heißen. Lass mich Günther heißen. Nein. Nein, Tobi, du kannst mich wirklich nicht Adolf nennen, das geht nicht. Okay, Günther. Links haben wir Konkurrenten. Die fliegen auch mit dem Flugzeug. Aber die nehmen wir, ja? Da unten beim Roten Haus. Hier, den hab ich jetzt einmal angeschossen. Achtung, Lieferung kommt in 3, 2, 1. Okay, und weg. Die erste Lieferung. Sehr schön. Die fallen echt zu tief. Die fallen echt zu tief. Ich hab reingetroffen. So, jetzt Tötchen. Komm, jetzt. Nein, hallo. Lass das Kind in Ruhe. Das war ein Spaß. Okay. Und jetzt nach Saltysprings, ne? Nach Fatal. Okay. Du musst nicht die Melodie schießen, die eh keiner kennt. Warte, 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 warte. Okay, warte, ich spiel Jingle Bells. Links, Gegner, links, Gegner, links, Gegner. Da vorne. Nordwest. Mach Kopf über. Hier unten. Hä? Wo bist du denn? Gebe doch die Geschenke. Ja, hier. MP. Weiter geht's, weiter geht's. Ah. Wir werden das Saltyspring beschlossen. Oh my God. Das ist ein Flugzeug, das ist ein Flugzeug. Weitertskonkurrenz. Oh, warte. Das ist Konkurrenz. Du bist echt klatschen. Okay, der hat richtig Schaden bekommen. Sollten bringt er weg. Unser Weitertskonkurrenz ist gleich kaputt. Komm, wir geben dem Geschenke den Gegner. Komm, komm, komm. Achtung, Kopf über. Drei, zwei, eins. Und da. Da ist noch ein Gegner. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's. Mach weiter. Einfach weitermachen. Warum tun wir das? Wie viele hast du noch? Weihnachten. Wollen wir dir auch noch Geschenke geben? Ich hol jetzt meine Geschenke zurück. Gebt mir doch! Ich hab mich getötet. Was? Mein Geschenk war das Erlebnis. Au. Au, du bist gegen den Bau geflogen. Du bist ein Zwitschen. Ich hab gleich keine Waffe mehr. Warte, ein Geschenk hab ich noch. Flieg dir rüber. Das Flugzeug ist gleich kaputt. Ein Geschenk hab ich noch. Warte, hier war ein anderes irgendwo. Schnell! Das ist sehr gut. Ich hab reingetauscht. Digga, voll geil. Okay, wir müssen mal das Flugzeug holen. Der Weihnachtsmann hat sein Schlitten versorgen. Au. Oh, unser Flugzeug geklappt. Tobi, sollen wir ganz kurz da nach Scholti gehen? Und vielleicht die, also nur mal ganz kurz schauen, was die so machen? Ja, ja, aha. Nach rechts in diesem Flugzeug. Wir nehmen das. Weiter geht's. Ja, warte, warte. Nein, nein, nein. Wir haben eine Mission. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Weihnachtsmann, verstehe mir die Falle. Aber das Flugzeug ist der absolute Müllhaufen. Das Flugzeug. Da muss man einmal gegenhauen, dann ist es kaputt. Ja. Ja, und? Meinst du, wir haben so viel Geld, um uns jetzt ein neues zu liefen? Ja, wir könnten uns ja einfach ein neues holen, oder? Irgendwo in der Nähe. Also, am besten steigst du ein. Ja, und wie wollen wir da hinkommen? Mit dem Flugzeug. Ja, richtig. Wir fliegen hier vorne noch Lazy-Dings und holen das. Komm. Okay. Steig ein, steig ein, schnell. Also, das Problem ist halt einschließen. Steigen Sie ein. Steigen Sie ein, Herr Weihnachtsmann. Ich weiß halt nicht mal, ob ich das hier rausbekomme, ne? Du musst jetzt vorsichtig links starten. Mach keinen Boost. Okay. Gut. Flieg einfach nach Lazy-Dings. Aber flieg hoch, flieg hoch. Die können, die dürfen sie nicht kaputt machen. Warten Sie kurz, ich muss kurz ne Packung Gummibärchen aufmachen. Ich hab da irgendwie so ne kleine Sucht. Ähm. Weihnachtsmann? Äh. Das Flugzeug ist ausgegangen, das Flugzeug ist ausgegangen. Günther. Günther. Das Flugzeug ist ausgegangen. Günther, bewegt. Ah. Ist einfach ausgegangen, weil es kaputt ist. Günther, du kannst das Flugzeug aber ausschalten. Weihnachtsmann, es tut mir leid. Unter uns den Gegner. Gebt dem Geschenk, schnell. Oh, meine Gummibärchen. Wo? Unter uns, jetzt ist er schon weg, Weihnachtsmann. Ich hab schon ne Skar gedroppt. Haben wir noch Flugzeuge? Nein. Wir haben keine Flugzeuge mehr, Weihnachtsmann. Okay, Günther. Das wird jetzt ein harter Ride. Günther, der Ding holt sich ne Skar, der Gegner. Hat er sich echt geholt? Ja. Okay, nice. Sehr schön. Sehr schön. Gut, Weihnachtsmann. Da vorne, da oben ist noch so ein Hangar. Vielleicht haben wir da Glück. Okay, Günther. Ist da ein Flugzeug? Ja, da ist eins. Günther, warte. Günther, nicht. Weihnachtsmann? Voll zu. Auf dem Boden geklatscht. Günther, guck mal, wir haben hier ein neues Einsatzfahrzeug. Also, das ist für später. Weihnachtsmann, komm. Ich flieg. Ich flieg, du musst aber ausfliegen. Mann, ich will meine Waffe aber nicht verschenken. Guck mal, hier Startbahn. Weihnachten ist eine Tür. Junge, das ist los, dass du wieder zur Hälfte kaputt bist. Guck mal. Ja, ja. Das macht halt mega den Schaden. Ich hab's gesehen. Danke, dass du mir das jetzt gesagt hast. Da, Weihnachtsballons, Weihnachtsmann. Ich will keinen Weihnachtsballon. Ich bin der einzige Ballonlieferant hier. Aber das ist doch gute Geschenke, doch. Ich bin der einzige Geschenklieferant. Weihnachtsmann, bitte das Geschenk. Weihnachtsmann, auf dem See ist das Geschenk. Günther, wir können... Wir sind... Okay, auch der Weihnachtsmann und sein Elf dürfen mal beschenkt werden. Aber gib Gas bitte, Günther. Ich will jetzt nicht sterben. Oh, ein Rocket Launcher. Ja, Günther, komm. Hallo, Weihnachtsmann, warte noch. Da vorne, Weihnachtsmann. Au. Ich seh's. Wir müssen jetzt Geschenke abliefern. Weihnachtsmann, von wo denn? Also, von hier vorne einer. Okay, Weihnachtsmann. Was soll ich dir schenken? Warte, ich schenke. Ich hab, ich hab, ich hab. Tut mir leid, Weihnachtsmann. Weihnachtsmann. Wir müssen hier parken, das ist Konkurrenz. Weihnachtsmann, sie sind abgestiegen. Weihnachtsmann, ich hab meine Waffe abgegeben. Also, irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt so geil ist, da zu kämpfen. Oh nein, wir haben uns, glaube ich, gesehen. Hast du geschossen? Haben wir einen Nockt? Was? Der ist über mir, der ist ein Block, ein Ding über mir. Weihnachtsmann, warum töten die uns? Haben wir einen Nockt? Komm, wir müssen das Flugzeug holen. Weihnachtsmann, ich bin gleich tot. Günther, wir haben jetzt keine Zeit für sowas. Weihnachtsmann. Günther, ich kann da nichts dafür, du bist schuld. Hier ist jemand. Günther, ich hab ihn gehittet. Ist es gut? Weihnachtsmann, einsteigen. Ey, warte, warte doch. Alter, vorne ist jemand. Pass auf, gib Gas. Oh, du hast echt nicht viel Leben, Günther. Ich helfe dir, glaube ich, nicht. Günther, du fährst genau zum Gegner. Weihnachtsmann, hinter dir, hä? Wo kommt, was? Hä, was? Wo kommt der Lebkuchenmann her? Hä? Warte mal. Der Lebkuchenmann. Der kommt uns an der rechten Hälfte an. Der war zu lange im Ofen. Das war's von einem schönen Weihnachtsspecial von Fortnite. Ciao.